Musik Danke, dass Sie uns Kindern die Chance geben, unsere Gedanken mit Ihnen zu spüren. Es ist nicht normal, aber wir denken, dass es normal sein sollte. Als ich mit neun in der viertel Klasse war, haben wir im Unterricht viel über die Klimakrise gelernt. Dabei habe ich unter anderem erfahren, dass Vangari Matai, die Friedensnobelpreisträgerin aus Kenia, dort zusammen mit ganz vielen anderen Frauen in 30 Jahren 30 Millionen Bäume gepflanzt hat. Und das hat mich auf die Idee gebracht, dass auch wir Kinder in jedem Land der Welt eine Million Bäume gepflanzen können. Musik Mittlerweile haben schon über 460 Plant for the Planet Akademien in 39 Ländern stattgefunden. An den Akademien hält immer ein Kind einen Vortrag über Klimagerechtigkeit. Klimagerechtigkeit bedeutet, dass jeder Mensch auf der Welt unsere Luft nur mit einer gewissen Menge an CO2 belasten darf. Im Schnitt überschreitet jeder Europäer den Wert um das 5-fache. Ein Afrikaner dagegen kommt mit einem Viertel der erlaubten Menge raus. In den Akademien zeigen wir anderen Kindern, dass schon ein einzelner Baum 10 Kilo CO2 im Jahr aufnimmt und wie sie selbst Born und Pflanzen können, um ein Zeichen gegen die Klimakrise zu setzen. Außerdem zeigen wir, wie sie selbst Präsentationen vor anderen Kindern halten können, um den Gedanken von Plant for the Planet weiterzutragen. Musik 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 dass jemand, der einen Millionen Trenn in ihrem Land startet, kommt auf den Staden. Felix, think by now. We children are the majority on this world. We can make a difference. And never forget, one mosquito cannot do anything against a rhino. But a thousand mosquitoes can make a rhino change its direction. By receiving the Billion Tree Campaign, we children are receiving worldwide the global official tree counter. Which means that all the governments, all the companies, all the people that plant trees report to us children how much they have done. So we would love to collect our first global future fee from our favorite business sector, the chocolate industry. Is there any company here that was willing to do that? Not one single company. This is shocking. Okay. Wer macht mit? 1 Euro pro Tonne Schokolade 1 Promille vom Umsatz. And no one can we ever meet from our own. Sorry. No one can we ever meet from our own. Wow. Klasse. Ihre Namen schreien wir da gleich ab. Klasse. Ihre Namen schreien wir da gleich ab. Schrift so are we. Do you know where your business can't allow us to relieve you? Right away from Wereens.